Vielleicht ein Prinzessinnenkleid? Mit viel Rosa, mit einer Krone, weil die Mama die Hübschste auf der ganzen Welt ist. Meine Mama will einen Hund, weil man mit ihm spazieren gehen kann und weil ein Hund so süß ist und weil man mit ihm kuscheln kann und mit ihm spielen kann. Was wünscht sich denn meine Mama zum Muttertag? Einen Dinosaurier, vielleicht zwei oder drei, weil er ganz scharfe Zähne hat und ganz groß ist, könnte das Brot schneiden. Und er kann sicher auch mein Zimmer aufräumen. So, was wünscht sich meine Mama zum Muttertag? Komm mir Siebel, wenn sie rausgeht und es regnet, weil er verwandelt sich ja die Erde in Matsch, rausgehen und in eine Fütze springen. Meine Mama will Make-up. Puder ist fürs ganze Gesicht, Lippenstift ist für die Augen. Puder ist zumindest für viele Livesch